Hier ist Kuhl-Kirmes. Der Kirmes-Kanal auf YouTube. Alles klar, alle wohl schau, wir legen los. Die Kirmes-Kinder rein. Das ist kein Profil. So, jetzt gucken wir uns. Ladies und Gentlemen, willkommen, willkommen, willkommen. Boah, wir starten mal mit der Eingewöhnungste. Los geht's. Ja, genau, dann komm ich nichtern, aber das startet nie. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Zudäne sind und man ist schlicht los da oben. Wer sieht aus, wer Kopf dazu hat, einmal die Füße ausstrecken. Bitte kommen schon Leute Füße raus, nur nicht so schüchtern. Wer da aber noch nicht hat, ist schön. Ich habe ihn, was ich hier so aufkommt. Und jetzt ist ein Bierbremd, der auch noch ein Bierbremsen hat. ... die Blumen ... ... und die Zutäne ... ... und die Zutäne ... ... und die Zutäne ... ... Zutäne ... So, bevor ich sage, hier zum Langboot leider nicht nur ein kleiner Richtungswechsel, wie es sich gehört. Guck ab mit euch. So, wie sieht es aus? Wer braucht die Mehrheit? Hände nach oben, ganz schön, Leute. So, wenn nichts, danneeinnt, dann nicht nur ein paar Mal sagen, ob wir wieder zurückkommen. So, wie sieht es aus? So, wenn ich jetzt meine Läden kann, dann mochen wir – meinst du mal, so wie es ihr das ist. So, jetzt bin ich ebenso, wie ich dir, dass ich nie bin. So, jetzt kommt es gut. So, ich bin echt genau so, ich bin ja so, ich bin echt gefährdet. So, kurze Zwischenstopp, kurze Verschlauspause, wer wählen will, jetzt wäre der Zeit nur dazu. Einmal winken, wer hat es? Das sieht doch super aus. Okay, genug gewunken. Zum Abschied, einmal die Hände nach oben, Füße raus, Hände hoch, Füße raus, die nicht so den Hut festhalten. Einmal Münsterloch. Und wir wünschen nur Piennade und Haftabuhl. Auslag, endlich ist es auf Münsterloch. Ja, wo füllen die mit der Hände? Danke schön. Aus, Ende und vorbei. Jeder Spaß hat er denn sehr von mir. Danke schön. 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 Danke schön.